Musik 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 Ja, wie gesagt, in wenigen Minuten kommt hier an den Parcours der TV-Sender D-Max, die nur kompliziert gesteckt, dass einfach irgendwas passieren muss. Der Andreas fährt auch gerade einen sogenannten Tigerwolf, wurde entworfen in Deutschland, in Hessen, von dem Tigerwolf-Team. Ich kenne alle persönlich, wir fahren zusammen die Meisterschaft und daher kenne ich diese Autos eigentlich beide sehr gut. Musik 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 Musik